Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 5 Sekunden. Ich bin gespannt, was heute so Neues reinkommt. 1, 0, bitte nichts Schlechtes. Neues Emote, sehr cool. Neue Lackierung, perfekt. Zwei neue Items, alle Pakete sind noch im Shop. Okay, das hier unten ist übrigens, glaube ich, schon 19 Tage im Shop. Sehr, sehr krass. Falls ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Okay. Ah, Gruppenemote mal wieder. Cool. Fortbewegung. Nices Emote. So ein Gruppenemote gab es schon mal. Mit dem Weihnachtsemote, was kostenlos war. Oder? Ich glaube schon. Aber cooles Teil. Cooles Emote. Ja, vor allem Fortbewegung. Cooles Teil. Krypto, nices Backbling, aber Skin geht so. Was haben wir hier? Das ist eine sehr nice Lackierung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ganzes Galaxy-Paket wieder zurück. Okay, ist auch nicht krass selten. Aber nices Paket. Der Sound ist krass. Und der Sound von dem Ding ist auch sehr krass. Vor allem, wenn er so aufgeht. Krass. Ansonsten kann man das Ganze hier einzeln kaufen. Skin lohnt sich da eher weniger. Spitzsack auch nicht. Gleicher ja. Und was gibt es noch? Lackierung für 500. Die war übrigens kostenlos. Da gab es ja so ein Turnier, wo man sich das kostenlos freischalten konnte. Was haben wir hier? Nichts mehr. Also heute ist es echt ein sehr, sehr kurzes Shop-Video. Volleymeisterin. Ja, auch nichts besonderes mehr. Backbling finde ich auch lustig, dass hier so ein Tennisball drin steckt. Was gibt es hier noch? Ja, auch nichts krass besonderes. Aber wir haben noch was Neues. Deswegen, und ganz genau hier. Die neue Lackierung. Starke Strahlung. Okay, für 300. Nichts Animiertes, aber immerhin haben wir was Neues im Shop. Ja, Fork and Knife. Das könnte eventuell etwas selten sein. Ich schaue mal kurz nach, ob wir was Seltenes haben. Ich gehe aber mal von 9 aus. 30, 30, 30, 30. Ja, das ist das Seltenste. Ja. 225 Tage. Aber nice, nice Spitzsacke. Sound? Sound ist jetzt nichts Besonderes. Ansteckend. Sehr nice. Wie alt ist das? 30 Tage alt. Okay, nichts Besonderes. Zusammenreister, 31 Tage alt. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurten Shop Video.